Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog Video von mir und zwar kommt dieses Video zwar ziemlich spät, das liegt an kleinen Zwischenfällen die ich nicht weiter erläutern möchte das ist ziemlich geil und zwar bin ich ja jetzt wieder drei Wochen nicht da und zwar jetzt in der normalen Büro-Schule, also nicht überbetrieblichen das heißt es ist sofern ein Unterschied es wird an den Wochenenden es jeweils vier Videos geben sobald ich geplant habe und zwar Samstag ein MV2-Clip und einmal Sonntag auch ein MV2-Clip und natürlich dann die zwei Folgen Minecraft Let's Play die sollten dann eigentlich auch da jeweils dann kommen ich weiß nicht zurecht ob die dann da schon fertig sind, ihr könnt ihr mal hier schauen hier sind gerade mal die ganzen Dateien hier so rum, die ich jetzt gestern aufgenommen habe und zwar sind das knappe zwei, gute zwei Stunden ich hoffe bis dahin bekomme ich die noch alle fertig und dann dürfte es eigentlich auch kein Problem sein dass wir da jeweils dann die richtigen Folgen natürlich dann hochladen ja wie gesagt, drei Wochen bin ich da, Wochenende kommt die weiß dann immer mindestens vier Videos hoffe ich zumindest und wenn ich dann wieder da bin dann an dem Wochenende geht es dann ganz normal wieder weiter am Montag dann quasi wieder mit einem Need for Speedmaster Hunter-Clip äh, Let's Play folgenden Teil halt und ja ich hoffe ähm, wir sehen uns dann wieder und ja ich kann euch mal nur so viel sagen das war dann der letzte Block ähm, normale Berufsschule, einmal muss ich dann noch überbetrieblicher dieses Jahr aber das bekommen wir schon hin glaube ich denke ich mal insofern ich ja dann bald mal eine Überraschung für euch habe die ja schon die Hälfte wahrscheinlich erraten haben, aber wir wollen darauf jetzt mal nicht näher eingehen ich hoffe wir sehen uns danach auch noch bis zum nächsten Mal euer Hohenkrebscreme Tschaußen ich hätte die Tastatur vielleicht hier irgendwo in der Nähe liegen lassen sollen das ist natürlich das Problem, wenn du immer nur so ein Brett hast ok, Tschaußen